Was bist du? Okay, wo ist es hin? Ja, ich baue dir jetzt eine Station auf ein Stückchen vor. Wie viel habe ich denn noch, eine große und eine kleine? Ich habe keine Ahnung, wie ich das fangen soll. Was ist das? Egal. Okay, doch nicht egal. So, wir probieren das jetzt einfach damit. Oh, nicht. Was nicht mein, doch. Da vorne ist wieder so ein Wartung. Was ist das jetzt für ein Schmarrn? Oh, nein. Oh, das war ja. 3 Sekunden ist genug. Vierer, der Kapitän´s Brich damaged die Tank mit Mayonnaise auf der Fortschritte der Linier. Die Mayo wurde in die Kurs Gravitational Field die erhöhen die Masse herkömmende und erhöhen die Masse. Das ist aber auch so. Das ist ganz schlimm. Es tut mir. Das ist ein Wartung. Oh, das ist ein Wartung. Oh, das ist ein Wartung. In diesem Bereich, werde ich die Radiation-Sensoren ein bisschen kalibrieren. Du kannst viel näher an den Liner kommen und wir werden sagen, dass du nicht auf die Radiation entdeckt bist. 700 Meter? Okay, das heißt, ich gehe jetzt zurück, schaue, dass ich Material crafte und dann malen wir den nächsten Ballon und dann schauen wir, dass wir zum nächsten Checkpoint kommen. 60 Meter. Close. Oh, jetzt müsste ich ausgehen. Ja, langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Ja, langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Ich habe keine Ahnung, ob ich deswegen das brauchen kann. Derzeit wahrscheinlich noch nicht. Okay, kaputt. Und Ballon. Dass das immer so ruckelt, wenn der Auto safet. So. 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 Ich habe kein Aluminium mehr. Aber ich weiß, dass es draußen Aluminium gibt. Ich habe einen Bohrer. So, was haben wir denn da jetzt für neue? Zwei Kilometer, ein Kilometer. Irgendwas Verschlossenes. 200 Meter. 100 Meter. Man weiß nie, warum man einen Treibstoffkanister braucht. Das Ding braucht auf jeden Fall nicht so viel Platz. Das ist schon mal gut. Kann man das essen? Ich kann mich heilen. Ich kann mich heilen. Ich kann mich nicht heilen. Obwohl es draufsteht, aber ich kann es nicht benutzen. So, was ist, wenn ich das Ding nehme und aufsetze? Nix. So, 200 Meter haben wir gesagt. So, um, das istaussend. So, wie auch was die Liner? So, was wir haben? Nein! Ich habe einen Scanner. Ich bin unkonzentriert, merkt man wahrscheinlich nicht, aber... Gut, ich nehme jetzt eine von den Großen mit. Jetzt habe ich zwei von den Großen mit. Ich habe da keine von den Kleinen mehr. Nein. Ja, gut. Ist, wie es ist. Ich habe da keine von den Großen mit. Die Frage ist, was hilft mir so Auroa in meiner Gesamtsituation? Wahrscheinlich eher Nix. Kann ich ja nicht einmal bauen. Module, Baukasten. Ich sehe... Das brauche ich dann für später. 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 Sehr schön. Damit haben wir das Interieur schon einmal erfolgreich zerlegt. Das brauche ich dann für später. Das brauche ich dann für später. Das brauche ich dann für khi in der Weddle, Meinungsbilder auf. Das brauche ich dann für wieder. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich die großen Sauerstoffkerzen habe. Aber noch keinen großen Sauerstoff, danke. Oh, mir fehlt nur Werkzeug. Ein Rucksack. Ich muss noch mal retouren. Spinne, ich habe doch da gerade... Ich kann ja nicht einmal kommunizieren, weil mein Kommunikationssystem tot ist. Okay. MöESE! Möp, möp. So. Damit kann ich noch gar nichts anfangen. Nö. Entfernt Muttern, Schrauben und Ungehorsam mit einem guten Schlag und einer Drehbewegung. Ja. Vielleicht etwas antiquierte Erziehungsmethoden könnte man wohl so sagen. Moment. Moment. Also. Kann man nichts mehr machen. Schade, schade. Es schaut aus einer Vorräte. Die sind mir beim ersten Mal durchfliegen nicht aufgefahren. Ah, und wir haben wieder so eine Kugel. So, was kann ich mit dir machen? Kann ich die verprügeln? Ja. Oh. Das ist enttäuschend. Godzyć. Wie lange demander dann werden denn jetzt? Was kann das сам uns wieder anders? téc? Ja. Die sind die Welle. Jetzt hier requirement plans ist. Dissat. Oh. Okay Ford offensive her. So, ich werde mich aber jetzt nicht mit den ganzen Objekten befassen, sondern direkt da durchziehen. Jetzt haben wir 700. Das schaut mir sehr aus, als könnte ich da eventuell Kommunikationskomponenten bergen. Das klingt schon mal super. Da kommen wir auf jeden Fall hin. So, gibt es da irgendwas? 400. Das ist, oh oh, das ist weniger weit weg. Wow. Hä? Is your girl Ob das cool ist, dass ich Treibstoff mitgenommen habe? Das ist ein Interessantes Fakt. Die Chance für dich mit dem Elektronik ist 46%, das macht die Dispensern die safestfühle für keine Wunschung und Waste Zeit. Remember nicht zu setzen, dass die Elektronik in deinem Kopf eingestellt ist. Der Pilot hat den Modul eingestellt. Well, Partly. At any rate, seine Brains scattered all over den Korridor, und sie wahrscheinlich in die Venten aktiviert die Erlok-Pressurization-Protokale. Du musst noch einen Erlok zu finden. Ha 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 oholy shit Ja, Moin. Okay. Ich bin amüsiert, ganz offiziell. So, wie schaut's da aus? Ah, da fällt der Rest. Und den kann ihn halt einfach da rausziehen.